Wenn man ein Projekt abschließt, besonders eins, was so lange gedauert hat, auch wenn es nur diese paar Tage im Jahr sind und dann ist es eben vorbei, es ist immer, das kennen die Leute bestimmt auch, wenn sie Dinge konsumieren oder ein Buch gelesen haben, man macht die letzte Seite zu und hat ein trauriges Gefühl, sage ich mal, ohne jetzt zu pathetisch werden zu wollen, aber es ist schon, man denkt, ach Mensch, schade, aber andererseits weiß ich, die Leute hier sind so produktiv, es werden andere Dinge kommen, neue Aufgaben auf uns zukommen. Untertitelung des ZDF, 2020